Femag Anlagenbau ist Hersteller von Anlagen für die thermische Behandlung von Nahrungsmitteln, speziell für das Trocknen, Räuchern, Kochen, Kühlen von Lebensmitteln. Unsere Kunden sind im Wesentlichen Industriekunden, aber auch Mittelständler. Wir exportieren in 80 Länder dieser Welt. In Deutschland machen wir den Direktvertrieb und in anderen Ländern sind wir vertreten über Agenturen. Die Besonderheit bei diesen Anlagen ist, dass wir hier halbkontinuierliche Anlagensysteme mit dem Heißrauchbereich, aber auch mit dem Kühlbereich haben, wo das Produkt vollautomatisch ohne weitere Berührung in die Kühlbereiche hinübergebracht wird und dort eine effiziente Kühlung erfolgt. Gerade um diesen Bereich mit Wurstwaren wieder sexy zu machen, muss man ja mit dem Geschmack trumpfen und mit der Qualität und der konstanten Farbe. So, das haben wir jetzt mit dem Fehmag-Anlagenbau erreicht. Wir haben ein schönes Wiener Würstchen mit einem guten Biss, mit einem guten Geschmack, keine bitteren Geschmack durch den Rauch und wir haben auch einen optimalen Ausgehöffelverlust, sodass die Wurst auch nicht schrumpelig wird, bevor wir sie einpacken. Fehmag-Anlagenbau konstruiert Anlagen, die nicht nur besonders energiesparend sind, sondern auch dem Kunden zu einer besseren Ausbeute seines Produktes verhelfen. Das heißt, der Gewichtsverlust in unseren Anlagen kann minimiert werden. Weiterhin sehen wir nicht nur unsere Anlagen im Fokus, sondern schauen uns auch gerade im Projektbeschäft den Bereich vor den Anlagen, in der Zuführung als auch danach an. Und nicht zuletzt auch in der Behandlung von eventuellen Abgasen, die gemäß den Regularien ja immer strenger werden. Hier bei Goldsprungs Natur setzen wir zum Beispiel einen sogenannten Biofilter ein, der auf Basis von Hackschnitzeln den Räucherrauch komplett eliminiert. Wir haben uns damals für die Firma Fehmag-Anlagenbau entschieden, weil die Firma Fehmag-Anlagenbau fachliche Know-how hat in Sachen Maschinenbau, aber auch vom Sales her in dem Bereich Produktion. Sprich, was hat der Kunde für Anforderungen? Wie sollen die Produkte gegart, geräuchert werden? Welche Fleischfarben wollen erzielt werden? Wie soll das Würstchen aussehen? Alle diese Produkte wurden bei Fehmag optimal beraten, erfasst, projektiert. Und das war der Grund, weshalb wir uns für Fehmag-Anlagenbau entschieden haben. Das war der Grund, weshalb wir uns für die Produkte sind. Vielen Dank.